Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich find einfach als Intro zu sagen Dinge. Ja. Dinge. 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 Hier stehen Dinge. Dinge, willkommen zurück. Dinge. 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 Ja, wollte ich grad fragen. Dinge sind in der letzten Folge passiert. Dinge waren leicht grausam in der letzten Episode. Dinge werden uns gleich erzählt von Lord Kumari, bei dem wir nämlich gerade angekommen sind. Dinge. Dinge. Oh, ist das kalt, ich tue mir leid. Dinge haben wir in der letzten Folge in Loire gegessen, zum Beispiel ein Croissant. Dinge werden mir gleich passieren, wenn wir einen Schlaftrank in diesen, diesen, wo muss ich hinzeigen? Da. Dinge sehen grade nicht so gut aus für uns. Was? Dinge sind ohne Kämpfen und ohne Leveln durch das letzte Gebiet gegangen. Dinge sagen gar nicht so schlecht aus in der letzten Episode. Das Ding ist ein guter Film von John Krapner. Dinge. Dinge werden aufregend und spannend, denn wir begeben uns gleich auf eine weite, weite Reise. Dinge sind mal wieder passiert. Dinge nehmen eine unglaubliche Wendung. Dinge ist ein weiblicher Vormanname, wenn man das D wegnimmt. Dinge waren sehr Meta in der letzten Folge von Terranigma. Dinge gehen weiter. Dinge ist ein Wort für das es im Deutschen keine ordentlichen Anagamen gibt, sonst hätte ich davon jetzt einst genannt. Dinge war dramatisch in der letzten Folge. Dinge, was Cleveres fällt mir jetzt nicht ein, natürlich. Dinge. Dinge, neigen sich dem Ende. Dinge. Glubsiglub ist ja die pinguinische Übersetzung für Dinge. Wissen viele nicht. Dinge wären ernst. Sehr ernst sogar. Dinge. Möglicherweise große. Dinge, neigen sich dem Finale dieses Mal wirklich. Ich weiß, das habe ich schon mindestens dreimal gesagt bisher. Das Ding geht down. Wir sind auf einem Luftschiff, das sich gerade gen Boden bewegt. Und da müssten überall eigentlich blutige Klumpen rumliegen. Ja. Von Jetboots. Ein Fuß müsste so einfach so durch die Luft. Das wäre cool, wenn wir jetzt die Jetboots bekommen hätten. Oh yeah, du hast die Jetboots bekommen. Fieepieps? Ich würde sagen, Fieepieps. Das ist bestimmt nein. Fieepieps. Jetzt fliegt er alleine weg. Oh Gott. Ja, dann Fieepieps. Also offensichtlich bleiben jetzt alle anderen auf dem Schiff. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Er ist der Endboss. Er war der, der gesagt hat, er will hier das Ende der Welt beobachten. Wie? Oh Gott, wenn jetzt mich noch mal unter das Schiff abstürzt, dann feiere ich ein bisschen. Wenn man das so sieht, meine ich. Ich weiß nicht, wie viel man sieht. Okay. Naja. Okay. Das Licht der Apokalypse. Dies ist der Erde letzter Tag. Holla roll. Oder es ist nur ein Schiff abgestürzt. Oder es ist ein riesiges Luftgeber abgestürzt. Das haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Holla roll. Das Licht wies in Richtung Südamerikas. Vielleicht eine Rakete oder ein Meteorit. Das muss das Ende sein. Dann war das gar nicht das Luftschiff? Was? Was? Achso. Also ich nehme es mal an. Ich wüsste nicht, was es sonst gewesen sein soll. Viel Pieps. Löwen machen. So, dann gehen wir raus. Ich mag, dass das Fallgeräusch auch einfach so ein Pfeifen ist. So, Südamerika. Du hast jetzt wieder volle Freiheit. Du kannst wieder hin, wo du willst. Also falls wir nochmal irgendwo hinwollen, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Waren wir hier schon? Ja. Ja. Wir sind schon mal hier hochgekehrt und zwar die falsche Ranke. Das war die linke und die rechte war die richtige. Okay, ja. Ich würde auf jeden Fall nochmal Knollen auffüllen. Was müssen wir sonst machen? Guck mal, die Goldküste hat sich weiterentwickelt. Aber das hast du das letzte Mal schon. Hat sie das schon? Ja. Echt? Da waren wir schon. In der vorletzten Folge. Ja, stimmt. Da waren wir schon. Ich freue mich trotzdem immer noch über Weiterentwicklung. Die Stadt hat sich verändert, aber mein Job ist gleich geblieben. Jetzt Kokosmus und Milch. Kokos Milch? Ja. Für noch 10 Tage. Gerne. Erkennt man sogar. Als so ein Ding in Strohhand drinstecken. Entweder ist es irgendwie so ein Mannteilrochen aufgespießt oder... So, hier ist das in. Dann würde ich auf jeden Fall... Nee, erstmal einkaufen, dann speichern, dann schlafen. Dann wollten wir noch irgendwo hingucken. Ja, man könnte, wie gesagt, in Loa versuchen, sich ein Haus zu kaufen. Ich weiß nicht, ob wir dadurch viel zu wenig Geld verhaben. Achso, wir würden uns auch nochmal rauskriegen, was mit dem Chefvogel war. Genau. Aber wir wollen ja eh nach Südamerika. Ja, da ist ja die Vogelschar auch noch. Stimmt, ja. Kannst du dir schon denken, wo du hin sollst in Südamerika? Da waren wir nämlich schon mal. Sind wir da nicht aus dem Loch gestiegen? Da sollst du hin. Okay. Da, wo du herkommst. Bin ein bisschen gespannt. Aber da gibt es dann wirklich kein Zurück mehr. Ich überlege nur gerade, ob wir wirklich noch irgendwas jetzt machen. Ja, also wir haben garantiert so Kleinigkeiten, kleinere Jokes oder sowas, die man sich noch angucken könnte, aber wir nehmen hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das haben wir ja schon mal gesagt. Exakt 21 Stunden. Das finde ich ein bisschen beeindruckend, dass wir exakt 21 Stunden bis zum letzten Final... Ihr könnt uns aber gerne die Sachen, die wir verpasst haben, zeigen. Ja, gerne darauf hinweisen. Zum Beispiel die Sachen mit dem Widder, dass man tatsächlich da hin kann. Das fand ich schnell sehr cool. Genau, das hatten wir schon. Aber wenn es da noch Easter Eggs gibt oder Kleinigkeiten oder auch Orte, die wir jetzt nicht gefunden haben, weil keine durchaus sein, dass hier oben zum Beispiel noch irgendwas... Nein, da waren wir ja schon. Da waren wir schon. Ja, da war der... Ja, ja, okay. Ich kann den Kundenzucker genau dahin bringen, wo wir hinwollen. Wollen wir mal probieren? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt sonst noch irgendwo hinfliegen sollten, irgendwas machen sollten, irgendwas, was wir... Wie gesagt, das hängt ein bisschen an, ob du noch das in Loire probieren willst, weil ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Also was man da gemacht hat. Wir waren ja in diesem Apartment drin und... Ach so, ja, ja. Da stand auch irgendwas von wegen, man soll mit dem und dem sprechen. Alles voller Kleinigkeiten ist hier. Geh doch einfach mal ins Schiff. Dann geh ich mal ins Schiff. Können wir noch mal nach Loire gucken? Ja, fahren wir nach Loire. Weil das left links oben, ja. Und dann Südamerika, ja? Ja, dann kommt das La Grande Final. Gegen Jetboots. Mal gespannt, wie der dir gefällt. Wenn das eine riesige Katze ist, wenn das eine Uhr ist, dann bin ich auch nicht beeindruckt. Eine Uhr. Die 13 auf einer Uhr. Oh, ich bin schon falsch. Guck mal, ist auch aufgegangen. Ach so, ja, das wusste man aber schon. So, wir können nämlich hierhin fahren. Hier gibt es auch eine Liste mit den Rüstungen. Der Enigma-Panzer ist rein von der Abwehr her auch der Beste. Aber zum Beispiel der Aura-Panzer, der hat weniger Abwehr, gibt uns aber 40 mehr KP. Okay. Dafür aber weniger Stärke. Hier stehen auch immer die ganzen Stats nochmal extra dabei. Das wäre ja gar nicht so schlecht gewesen, dass du sowieso machst. Aber eigentlich ist es egal. Ja, ist nicht so wild. Eigentlich ist die bessere Abwehr auch besser als jetzt. 40 HP mehr oder weniger. Naja, wenn man öfter getroffen wird, ja. So, hier gab es Marcel. So, hier war das Apartment. Wo können wir denn, wo ist denn der Immobilienfuzzi? Werkstatthandwerker Pierre? Ne, wo war denn die Immobilie? Na, die Immobilie war, glaube ich, unten. Aber der Typ wird ja woanders sein. War hier doch, hier war die Immobilie. Ach, genau. Hier war, das war Rocko Apartments. Rocko Apartments, Information bei Lore Immobilien. Dann wird hier irgendwo ein Gebäude mit Lore Immobilien rumstehen. Das war Tourism. Das war was anderes. Irgendwas. Da gibt es ein Croissant. Hier werden die Haare. Schneide rein. Wein. Wein, genau. Das hier vielleicht? Wo es auch aussieht wie ein Apartment. Einkommenswohnung. Ah, ja. Wunderbar. Kostet wahrscheinlich irgendwie 100.000 oder so ein Witz. Ach, nee, das ist ein Möbel. Suchst du nach einem neuen Zuhause? Ja. Ja. Ein eigenes Heim, das klingt gut. Was kostet sowas? Wir haben tolle Wohnungen, die 800 Taler kosten. Was meinst du? Kaufe ich. Gut, ich kaufe die Bude. Ohne sie zu besichtigen. Deine Wohnung ist bei Rocko in meinem Park bin 101. Hier ist der Schlüssel. Ach, er hält den Wohnungsschlüssel. 800 Taler ist ja wirklich nix. Ich dachte, das wären ein paar Tausend. 5000 oder so was. Ja, ich war gleich darüber überlegen, ob das überhaupt reicht. Geldtechnisch, da können wir alles kaufen. Okay, wunderbar. Okay, Möbel und so weiter muss man offensichtlich nicht kaufen. Kannst du mal, was ist denn auf der anderen Seite? Qualität und Billigpreise beim Möbelhaus Patrick. Oh, kannst du dir noch eins holen? Vielleicht können wir Möbel kaufen. Guten Tag, wir haben die besten Möbel im ganzen Land. Sage mir, wenn dir etwas besonders gut gefällt. Oh yeah. Stimmt, du kannst dir wirklich Sachen holen. Oh yeah. Jeder Haushalt braucht einen Tisch. Wenn jetzt auch 800 Taler kostet... Das kostet 100 Taler. Das wäre lustig gewesen. Ein toller Tisch, den muss ich ja haben. Wir liefern sogar nach Hause. Alles im Service im Begriff. Oder wo wir denn... Da einen Teppich, die Teppiche. Haben wir den Tisch jetzt gekauft? Ja, ich glaube, den Tisch, den liefern sie dir jetzt halt. Ein Teppich wird deine Wohnung noch schöner machen. Das kostet 100 Taler. Schönern? Gut, ich kaufe ihn. Es gibt einen Computer und ein Telefon. Wir liefern sogar nach Hause. Ja, den linken Fernseher hätte ich gern. Den da mit dem... Geht nicht. Sage mir, wenn dir etwas besonders gut gefällt. Hast du, wieso kann man das Telefon nehmen? Nee, vielleicht musst du einmal rausgehen. Aber wir kaufen erst mal ein Bett. Stimmt. Dies ist ein warmes und bequemes Bett. Extrem flauschig. Das kostet 100 Taler. Alles 100 Taler kostet... Ein Bett, gut ist gekauft. Wir liefern sogar nach Hause. Man sollte mal in die Werben, damit das alles 100 Taler kostet. Wie arg das steht. Ein Bett. Ja, ein Bett. So, so. Ich nehme dieses Bett. Was kostet dieses Bett? Es ist auch das Einzige, was wir haben. Der größte und beste Kleiderschrank in meinem Sortiment. Auch der Einzige. Ich glaube, das ist auch das beste Bücherregal. Kaufst du dieses Bücherregal, dann gehört dir auch ein Teddybär. Cool. Ich lese zwar selten, doch ich kaufe das Regal. Okay, was ist das hier? Vielleicht den Schreibtisch noch? Ne, wir haben ja schon einen Tisch. Okay, ich glaube, das war's. Schatz, ob man keinen Computer kaufen kann. Okay, vielleicht... Das fand ich so cool. Weil daran kann ich mich auch noch erinnern, dass ich mich sehr gefreut habe, als ich das endlich hinbekomme. Ich überlege nur gerade, ob man... Ne, jetzt haben wir schon einen Tisch gekauft, ne? Ja, okay. Schade, ich dachte, man kriegt hier noch einen Computer. Oder... Nee, ich glaube, du hast quasi... Also, es ist so ein extra, weißt du, das ist jetzt nicht... Ja, ja klar, sicher. Ist jetzt nicht die Sims. Bringt wahrscheinlich auch nichts. Ist es nicht die Sims? Kopf rechts, das ist da. Ah, der Schlüssel. Achso, wir müssen den auswählen. Sagt es dir extra noch. Aber warum... Naja. Ne. Ist das ein Ausschlüssel? Warum passt der nicht? Ha, 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 arg. Arg benutzt den Wohnungsschlüssel. Ist er jetzt weg? Der Riegel öffnet sich. Was für ein Riegel? Na, von der Tür. Okay. Was für ein Riegel? Können Sie nicht sagen, uh... Guck mal, das ist der Teppich, den wir gekauft haben. Heim. Schön. Weißt du... Da ist der Teddybär sogar. Das Bücherregal hat auch eine andere Größe als gerade. Woran ich jetzt denken muss, hier an der Goldküste gab es einen, da waren die ganzen Dorfbewohner und der Bürgermeister und da war ein Regal, da war oben ein Kristall drauf. Ja. Den haben wir nicht gekriegt. Stimmt. Das wurmt dich jetzt. Das wurmt mich. Wobei die Goldküste hat sich ja verändert. Vielleicht steht der Kristall jetzt daneben. Willst du das noch rausfinden? Ich frage jetzt nur, wo dieser Raum war. Oh, man kann sogar schlafen. Naja, wie gesagt, Goldküste hat sich verändert, deswegen. Finden wir nie wieder. Das war ein Bürgermeisterhaus. Dann schmeißen wir den Kristall jetzt weg. Ich nehme diesen Kristall und stecke ihn in meine Tasche. Wie toll das ist, ne? Ja, Heim. Da hast du ein eigenes Zuhause in dieser Welt. Das ist toll. Wenn man jetzt noch einen Hund hätte, würde ich sofort... In Frankreich. In Loire. In Loire. Und da oben ist Heinz. Doch, Heinz. Mann, Alter. Ein Remake von Terranigma, wa? Ja, nicht möglich. Nicht möglich, aber... Es sei denn, man macht es noch mal in so ähnlicher Grafik. Aber dann würde ich mich schon wieder fragen, warum. Ja, das... Ja. Okay. Dann haben wir es eigentlich, ne? Ja. Das ist wieder Amerikas. Ich überlege. Ja, ich sehe ja schon mal in die Richtung. Aber an und für sich... Wüsste ich nicht... Hat sich auch Hula beim letzten Mal schon verändert? Ja, hat es auch schon. Okay. Also wir haben alles... Wir haben es irgendwie nicht mehr so... Obwohl die letzte Aufnahme nur ein paar Tage her ist, ne? Ja, aber da waren so viele, weil die Städte sich permanent irgendwie verändert haben. Da hat sich alles auf einmal verändert. Ich bin auch sehr stolz auf uns, dass das so... Doch, noch irgendwie geklappt hat. Ja. Ohne, dass wir gucken mussten. Komplett ohne, dass wir gucken mussten. Naja, wir haben einmal geguckt, wo man die Leute findet, weil das ist auch wieder so eine Assi-Aufgabe. Ja. Weil das ist einfach reine Sucharbeit. Das hat nichts damit zu tun, ob man sich daran erinnert oder nicht. Aber ansonsten haben wir das gerade mit dem Spielerrad da gemacht. So, nach links? Äh, ne. Oben. Na oben. Da, wo du ganz am Anfang hergekommen bist. Ja, das weiß ich natürlich noch vor 22 Stunden, Tom. Ja, dann ist ja gut. Da ist es. Nein. Das hier? Nein. Das da? Ja. Woher weiß man denn, dass das hier ist? Ja, weil man von da gekommen ist. Oder was meinst du? Naja, aber warum weiß ich denn nicht? Weil der Typ gesagt hat, es ging in Südamerika. Ah, okay. Und ich glaube, dann kann sich dann so ein bisschen denken, ah, vielleicht dann doch. Ist das Kolumbo? Was du das gesehen hast, nicht schlecht. Wir hatten ja gesprochen. Du, mach einfach. Es ist lange her, Ark. Ich werde nie vergessen, dass du mir damals geholfen hast. Seither ziehe ich um die Welt. Um möglichst viel zu sehen. Die Welt hat sich verändert. Flugzeuge, Computer, ich bin tausend Jahre alt. Mein Navigationssystem erscheint mir primitiv. Auf meinen Reisen hörte ich von dir. Mir war klar, dass du der Held der Legende bist. Die Prophezeien sagt, dass er in der Unterwelt verschwinden wird. Ich finde übrigens witzig, dass Kolumbo tatsächlich hier, also dass das alles so in einer Lebensspanne stattfindet, was wir hier machen an Entwicklung. Ich weiß nicht, ob man das so erklären kann, aber ist ja auch egal. So wirst du. Ja. Bereit, Max. Ich hoffe, du hast nicht auf diese Seite gerade geguckt. Ich habe wirklich nirgendwo hingeguckt. Okay. Los geht's. Mir ist gerade aufgefallen, dass die ganze Zeit... Was? Du musst noch etwas bereinigen. Verstehe, lass dich nicht aufhalten. Doch du wirst niemals mehr in der Lage sein, zurückzuküren. Du solltest deine Erlebnisse zunächst speichern. Das ist alles, was ich dir rate. Aber ich habe doch gerade... Wirst du? Und da habe ich gerade auf so sein. Ja, weil du selbst reinspringen musst, glaube ich. Und er sagt dir einfach, er gibt dir hier quasi nochmal die Möglichkeit zu speichern. Selbst ich treffe solche Vorkehrungen. Es ist die Überlebensgrundlage. Ach, schalz. Down the rapid hole. Jetzt merken wir, dass die Aufnahme nicht läuft. Das wäre dumm. Das wäre richtig dumm. Das läuft aber alles. Still. Ich scheine durch Raum und Zeit gefallen zu sein. Was mich wohl in dieser Welt erwarten wird. Hier willst du wieder so ein Circle machen. Also wenn du dich wirklich wieder darin zurückfühlen musst, angefangen hast. Alte Musik. Ich freue mich, dass sie ja wirklich lange hervorkommt. Naja, es ist ja auch lange her. Weißt du? Über 22 Stunden mittlerweile. Krass. Okay, aber ich denke, man soll hier hin. Nach Christa. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Ach, wo bist du gewesen? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ja, Louisville. Ohne dein Wissen könntest du sehr glücklich sein. Au. 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 Tot. Aha, guck, bist du gewesen und so gemacht. Ich glaube, es ist sehr weise. Könnte sein. Oh, die Tour. Verdammt. Sie hat mich immer aufgeregt, dass ich ihn nicht gesagt hätte. So, wir haben ja schon mal gemerkt, dass der, der ist ja schon mal aufgetaucht und war so, höh, und playt was. Ark, du tatest gut daran, zurückzukehren. Ich danke dir für das, was du bisher zur Rettung der Welt getan hast. Doch du scheinst mehr gelernt zu haben, als du solltest. Hm. Ich möchte dir etwas zeigen. Folge mir. Wenn es in den Keller geht. Ich gehe in den Keller. The circle is so full, I don't even see. Alter Mann, bringt dich in den Keller. Tür ist offen. Da, wo deine Reise begonnen hat. Wo du das Siegel der Schatulle gebrochen hast. Eigentlich hat es damit angefangen, dass ich Krüger auf Leute geschmissen habe. Das stimmt. Und Hühner. Hättest du jetzt auch noch machen können, ne? Ähm. Ich glaube, das war es nicht gut. Schade. Wo ist Ark? Ist in den Keller gegangen. Warum? Das wusste ich jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig. Ich wäre wahrscheinlich auch in den Keller gegangen zuerst. Aber es hat erklärt auch um die Musik so. Und sie gucken alle nach unten. Ja, sie weisen dir den Weg. Das ist Musik. Ark, schau in den Himmel. Ist der Kristallnebel nicht wunderbar? Fast alle Körper werden aus demselben Material hergestellt. Verbrauchte Körper werden in neue Formen gegossen. Das Wachstum der Erde ließ auch zwei Mächte entstehen. Das Licht schuf Leben. Das Dunkel zerstörte alles Unwichtige. Okay. Das Dunkel läutet jetzt dein Ende ein. Ark, deine Aufgabe ist erfüllt. Und machen wir uns auf den Weg zum Ragnara-Stein. Ragnara-Stein. Ragnara ist der. Okay, Ragnara. Oh. Und du kommst mit. Pflup. Rausgebeamt. Alter weiser Mann. Wow. Das ist ein bisschen Alien. Und es erinnert mich gerade sehr an Illusion of Time. Hm. Warum? Dies ist der Ragnara-Stein. Du befindest dich in der Sonne der Unterwelt. Dieser Gang erzählt die Geschichte allen Lebens. Schöpfen bedeutet Formen. Zerstören bedeutet die Auflösung der Form. Diesen Planet wurde ein unheilvolles Schicksal prophezeit. Bald schon werden Licht und Schatten verschmelzen. Es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Für das Wohl der Erde werde ich wie du in wahrer Gestalt streiten. Okay. Ist das der Weise? Dann O. Fagnara. Höllenlicht. Erstmal weg. Okay. Punkt 1. Einfach nur, weil ich es jetzt machen möchte. So, jetzt müssen wir die auswählen. Stimmt, wir haben die in der Festung gar nicht benutzt. Und dann... Neun Schaden. Feuerring, Eisring, Blitzring, Erdenring, Sonnenring, Feuerring, Eisring. Achso, wo sind denn die anderen Dinge? Ich finde es sehr cool, dass er eine Seele in seinem Zentrum hat. Er hat eine Seele im Bauch und da dran sind seine... Der Rest. Der Rest. Sein Körper. Ich hau jetzt eben einfach mal gerade einen Feuerring um die Ohren. Ah ja. Zauber ist hier ohne Wirkung. Können wir hier gar keinen Zauber benutzen. Warte mal. Das wäre ja lustig. Ähm, wie können wir denn... Was willst du machen? Mal so ein Special-Ding. Was für ein Special-Ding? Naja, unsere Special-Zauber. Die hier. So, die musst du glaube ich von hier... Ich würde teilen wir mal in der Magie. Verleiht Unbesiegbarkeit. Zauber ist ohne... Okay, tatsächlich geht es nicht im letzten Kampf. Das ist ein bisschen witzig. Jetzt haben wir die alle gekauft. Ich habe einfach vergessen, dass man die... Ja, ich habe die im Turm auch vergessen. Okay, also ich nehme jetzt die... Weil die halt auch einfach nicht nötig sind. Vielleicht. Nimm Knollen. Ja, ich nehme jetzt Wunderknollen. Ich möchte mal auf diese wunderbare Endmusik hinweisen. Und dann fangen wir an ihn. Okay, wir können nicht so richtig ausweichen. Und angreifen gehen wir auch gerade noch nicht. Kann das sein? Äh, ja. Mach einfach mal. Was denn? Da kannst du rüberspringen, glaube ich. Was ist das Haupttheme? Aus dem Menü. So gut. Okay, also man soll jetzt erst mal nur ausweichen, ja? Ich wüsste jetzt gerade nicht, wenn man ausweicht. Ich glaube, über die Dinge springt man rüber, oder nicht? Sollen die vielleicht zurück? Ah! Okay, man kann... Aber ihn kann man jetzt nicht... Ich glaube, wenn er im Teil so... Jetzt wahrscheinlich. Jetzt! Oh, okay. Kein Crit, aber schön. Okay, also wenn diese Attacken kommen, aber nicht die. Da kann man wirklich rüberspringen. Okay, verstehe. Agarag, genau. Agarag, das ist nicht Ragnara, das ist Agarag. Okay. So, jetzt kommt das Höhenlicht wieder. Agarag klingt wie ein Anagramm für Ragnara. Nur ohne Ende. Oh, schade. Okay, man muss also ein bisschen seitlich stehen, ich denke mal an. So, dann... Das ist wütend. Ja, was ist denn? Da muss man ein bisschen um die Seite lenken. Da... Hä? Man muss, glaube ich, ganz am Rand stehen, in einer dieser Ecken. Oder näher dran. Ja, näher dran ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, ne? Das ist wie so Seilspringen. Ja. Da muss wahrscheinlich einfach nur in Bewegung sein. Ja, genau. Das war... Verdammt. Die Musik ist so großartig. Ja. Oder ganz nah. Ich bin das innere Antlitz der Erde. Ich glaube, das war, was er gerade gesagt hat. Das wollte er sagen. Irgendwann kommt er wieder langsam zurück. Das war es nicht. Uh, war knapp. Meine Güte. Ja, macht ja nicht so viel Schaden. Diese Musik. Das ist schon ein bisschen episch. Da hätte man ihn treffen können. Wir spielen gegen den letzten Gegner, Mats. Ja, ich bin auch dabei. Ich glaube an dich. Danke. Das dauert ganz schön lang gerade. Ja. Jetzt auch nicht. Aber der hätte man ihn, glaube ich, treffen können. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt quasi irgendwie... So, ich glaube, wenn er halt nicht blinkt, kannst du ihn treffen. Ja, ja. Jetzt. Sehr gut. Phase 1. Du hast ihn besiegt. Nein, habe ich nicht. Phase 1. Sei doch nicht so... Dark Souls. Sei doch nicht so Dark Souls. Toll, wie das Spiel manchmal so Pausen macht. Ja, man denkt so. Also, es lädt. Heute wäre es so. Na gut, Mats, du hattest recht. Nehm mal eine Knolle, wa? Oh, okay. Das ist... Okay, das ist... Ist das Darknara? Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. So ein cooles Design. Oh, diese Farben. Oh, Alter. Erstmal Laser. Okay, da kann man ihn treffen. Wie du halt einfach overpowered bist. Ja, wie das Spiel... Das ist wirklich... Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm runter. Komm runter. Traurig. Aber so ist nicht so. Schau, da sollte man zumindest... Wo? Alter! Wie soll man denn da ausweichen? Blocken? Äh, ja. Muss in seine Richtung blocken. Ich kann gerade nicht blocken. Deswegen hau ich mir gerade Knurren rein. Okay. Nicht die effektivste Variante. Aber ja, du musst einfach in seine Richtung blocken. Okay. Wenn er das macht. Das ist dann, wenn dieser komische Dings da kommt. Jetzt der jetzt. Ich kann nicht, weil das Spiel halt so krass... So, du kriegst immer noch Schaden, aber nicht mehr so viel. Deutlich weniger. Okay. Das Spiel leckt halt total krass in dem Moment. So, und jetzt werde ich mal ganz kurz in bisschen Mühe verschwinden. Götterknoten. Ah. Wie Musik hier auch nochmal anders wurde. Ich würde es nur einmal ausprobiert haben. Ach komm, wir nehmen nochmal. Was denn? Ähm. Ob man jetzt nicht doch vielleicht Magie nutzen kann. Ich wage es ja zu bezweifeln, aber geh ruhig. Probier es ruhig. Nutzt du mal die ganz normalen Heilknollen? Ja, die müssen mehr Schaden machen, wenn er rankommt. Also dann wirklich einen Special Angriff machen. Vielleicht sogar einen Crit oder sowas. Aber ansonsten wird das machbar. Wenn du das beeinflussen könntest. Ja, das ist auch total machbar. Du siehst ja aber, dass dieser Angriff, wenn du nicht blockst, halt sehr viel Schaden macht. Ja. Dieser weiße Strahl. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ja. Das ist ein bisschen schade. So, ein bisschen merken, wo blocken wir. Stimmt, die könntest eigentlich auch blocken. Arkt wurde geröstet. Oh, macht nicht so viel an. Mach mal die einzelnen. Die, ne? Ja, genau. Ich hatte das Gefühl, dass er gerade mehr Schaden hat beim anderen. Den kann man nicht blocken. Mal gucken, ob wir die anderen. Nein. Okay. Das ist das Einzige, was man blocken kann. Komm näher. Ja, das ist ein bisschen besser. Ein bisschen. Das ist cool, wie der Wind da so runter geht. Alter, was für ein fieser Angriff. Ja. Ist auch der gefährlichste eigentlich der Nacht. Ja. Der halt auch aussieht wie so ein... Wirklich wie so ein völlig wild gewordener Engel. Ja, genau so. Es hat was Engelhaftes. Todesengel wahrscheinlich, soll es ja auch so sein. Ach, nicht die Scheiße. Ja, was? Ist das aber gerade? Ja, die ersten. Aber als er dann in den Dings... Genau, also da knallt es ganz gut rein. Oh nein, falsche Richtung. Ja, es ist... Ja, block, block, block. Einfach halten. Versuchst halt wegzulaufen. Ja, ja, und dann in die falsche Richtung. Das ist nicht... Aber du musst ja nicht weglaufen. Ist ja egal, wo du stehst. Einfach nur blocken in seine Richtung. Okay. Ich habe Angst, dass es jetzt doch nichts wird. Aber wir haben, ich glaube, noch acht Superknollen. Götterknollen. Das... Könnte trotzdem klappen. Ja, wir benutzen gleich noch einen. Ja. Das würde auch klappen, Manns. Ja, ich weiß. Seine hat jetzt tausend Energie. Wäre ein bisschen lustig. Gleich noch einen. Alter. Ja, aber der macht ja nicht so viel Schaden, wenn du ihn nur so abkommst. Nee, das ist... Man hat so das Gefühl, es macht so viel Schaden, aber es ist halt... Ja. Das ist auch schon noch ein bisschen, aber... Vielleicht so 20, 30 oder so. Ja, die Attacke ist so mies, weil sie so schnell kommen. Ich glaube, jetzt kann man da drüber springen. Dass es halt wieder so ein roter Strahl ist. Das kann sein, ja. Wie du heuer auch nichts hast. Du hast nur dieses kleine Podest und dann den Enking. Ja. Aber das finde ich schön. Ja, es ist halt sehr... Oh. Das sah gerade, du musst einfach oben stehen, wenn du diese Attacke machst. Weil da hast du gar keinen Schaden genommen, oder? Weiß ich gar, glaube ich, aus Versehen. Ich überlege gerade, ob man ein bisschen runter muss, damit er so runterkommt, weißt du? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Eis. Hat doch gerade irgendwas explodiert. Kann auch sein, dass es einfach nur sein Angriff war. Ja. Ich glaube, das war sein Angriff. Sein Vierärmchen. Ich glaube, man muss ihn so ein bisschen ranpullen. Pullen? Ja, weißt du? Ja, das sieht so aus. Das war's noch nicht. Da kommt auch noch eine Form. Wie gesagt, du machst sehr viel Schaden. Ich glaube, das war's. Ernsthaft? Ragnarra ist vernichtet. Ag hat eine seltsame Stimme. Gut, das war ich einfach völlig overpowered. Eine Stimme, die schon einmal, die er schon, die schon einmal hörte. Da steht wirklich eine Stimme, die schon einmal hörte. Ragnarra hat dich erschaffen, um diesen Planeten zu beherrschen. Unser Gegenstück hat uns ja mal umgebracht. Ragnarra hat dich geboren. Ach so? Ja. Indem er eine Kopie von mir schuf. Ich erinnere mich. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner Christas. Auch dein Dorf wurde nach einem Vorbild der Oberwelt. Was denkst du dir jetzt aus? Der Ober... Was? Denkst du dir jetzt aus? Die Welt befindet sich nun wieder im Gleichgewicht. Du hast dies ermöglicht. Die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben es geschafft. Lass uns in unsere Welten heimkehren. Das heißt, wir müssen nur noch unterwegs bleiben? Tja, du bist halt nur ein Gegenstück, ne? Ein Klon. Ein Böser, ein Dunkelklon. Obwohl es gibt ja... Also es ist ja nicht gut und böse, sondern einfach Licht und Schatten. Ohne das eine gibt es das andere nicht. Ja. Kristall. Warum ist die Musik immer noch so, wie sie ist? Das Hühnchen dreht sich noch auf dem Dach. Das ist also mein Heimatdorf. Sogar das schönste Haus wäre für mich jetzt ohne jede Bedeutung. Denk daran, auch Melina hat ihr Dorf verloren, sagt er das zu sich selbst. Ihre Eltern und ihre Freunde aus dem Dorf wurden alle umgebracht. Das ist der Grund, weshalb sie ihre Sprache verlor. Ich kann ihren Schmerz sehr gut nachempfinden. Ich dachte nicht, dass man sich ohne eine Heimat so einsam fühlt. Oh, das war Fabi. Ne, es war ein Klappi. Du siehst recht fertig aus. Nun. Ich frage mich, wofür ich kämpfte. Der Weise sagte, ich solle die Welt retten. Also ging ich nach oben. Ja, die Welt wurde gerettet. Die Zivilisation erblühte. Doch es war der Plan des Weisen. Ragnaras Plan. Ich fühle mich, als hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. Ark hat mehr Verantwortungsbewusstsein. Als ich dachte. Du hast deine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen, erfüllt. Du bist das, was die Menschen ein Gott nennen. In einer Welt voller Leben geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt, gibt es auch viele positive Dinge. Auf alle Fälle bin ich gerne mit dir gereist, Ark. Fluffy, du hast doch ein gutes Herz. Das ist eigentlich ja der andere Fluffy. Das ist jetzt der Oberwelt-Fluffy, ne? Bei der Unterwelt-Fluffy. Das müsste der Oberwelt-Fluffy sein, ja. Ist dir das jetzt erst aufgefallen? Ich habe auch so in ein oder in einiger Zeiten die Entwickler das vergessen. Fluffy, eine Frage hätte ich noch. Du bist ja auch mit dem neuen Fluffy schon eine Weile unterwegs. Ja, das stimmt. Du hast mich lange Zeit begleitet. Sogar im Endkampf warst du tapfer an meiner Seite. Tapfer. Im Endkampf. Ich habe noch nie gefragt, aber was genau bist du? Das fällt ihm jetzt ein. Ich habe diese Frage erwartet. Ark, bisher hast du unzählige Lebewesen getroffen. Vögel, Löwen, Pinguine, Pinguine, sogar Nixen. Klub sie klub. Alle diese Lebewesen stammen von einer einzigen Kreatur ab. Vor der Evolution sahen alle so aus wie ich. Menschen lernten, auf zwei Beinen zu laufen und Werkzeuge zu bedienen. Jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschinen. Vielleicht werden sie eines Tages wieder so wie ich aussehen. Eine seltsame Vorstellung. Nun gut, später, Ark. Ich muss jetzt gehen. Was? Wohin gehst du, Fluffy? Du hast Fluffy. Ich werde schlafen und auf den Tag warten, an dem wieder jemand die Truhe öffnet. Leb wohl, mein Freund. Flup. So, jetzt fehlt nur noch Melina. Hörst du mich? Ich bin die Wiener, die Seele der Oberwelt. Jetzt kommen doch einfach mal so ein paar Name-Droppings, die haben wir noch nie gehört, oder? Ja, die Wein, die Wiener. In dir fließt das Blut die Wieners und das Blut Ragnaras. Doch nun ist deine Aufgabe erfüllt. Dein Körper wird bald schwinden. Genieße deshalb deine letzten Tage in Christa. Danke, dass du die Welt schraubst. Ach, was ist los? Hörst du mir zu? Wie? Sorry, ich dachte nach. Scheint wirklich sorry. Steht da hinten ein kleiner Haubrück. Hallo, Ark. Glück bedeutet für mich, frei leben zu können. Great. Ich weiß, dass die hinteren Musik von Christa jetzt nochmal eine andere ist. Das ist nochmal der Ausgang. Eine ruhigere Variante. Hallo, Ark. Du siehst so nachdenklich aus. Bedrückt dich etwas? Och, das ist nur der letzte Tag meines Liebes. Hallio. Melinas Webereien sind einzigartig. Äh, doch. Sind einzigartig. Doch in letzter Zeit ist alles, was sie webt, schwarz. Och. Mit diesem Kopf. Ja, die Immo-Phase hat glaube ich jeder. Ja. Wir müssen schöne Kleider machen, an denen die Leute sich erfreuen. Schwarz. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Melina wird diese Arbeit zu Ende bringen. Lass uns spielen, Ark. Klar, spielen wir Weltuntergang. Mutter sagt, alle Menschen sind an ein früheres Versprechen gebunden. Ark, du wirst immer Melinas Freund bleiben. Bleiben? Kannst du mal nach links gehen? Zu dem Typen, der an dem See hier steht, sprechen? Weil der hat ja vorher gesagt, er sieht Reflektionen von irgendwelchen Welten. Der Wahrsager meint, dieser Teich reflektiert, reflektiere die Zukunft. Doch ich kann nichts sehen. Nicht mal ich spiegele mich. Oh. Hat er nicht am Anfang gesagt, dass er was sieht? Ich glaube ja. Und dass er jetzt nichts mehr sieht, weil die Zukunft wieder spiegelt und er keine Zukunft mehr hat? Nichts hat mehr in der Zukunft. Richtig. Also dieser ganze... Deswegen sieht er das nicht mehr. Ja. Das ist krass. Äpfel. Ja. Ja, die haben sich schon sehr viele Gedanken gemacht bei diesem Spiel. Kinder brauchen vor allem, da geht schon mal was zu hoch. Ja, das ist auch ein Ende so zu gestalten. Ich meine, man hätte natürlich auch jetzt so direkt dann... Aber jetzt, thank you for playing. Congratulations. Thank you for playing. Das ist, äh, aber konsequent irgendwie, ne? Mhm. Dass jetzt hier alles schwinden muss. Ist hier nicht der Wahre? Und du siehst es aber nochmal. Und du siehst es aber nochmal und kannst die letzten Tage genießen. Kannst dich quasi verabschieden. Ja, das weiß ja sonst keiner, oder? Ich hoffe nicht. Eine neue Welt öffnet ihre Tore. Was wird bloß geschehen? Tja, ich hab noch... Die nie mehr besucht haben nachher. Nee, schön. Hey, da bist du ja. Hallo, Wahrsager. Spoilt eh nur das Spiel. Spoiler hat, meine ich. Ist das so eine Hilfestellung? Wahrscheinlich. Ja, ja. Es soll dir ein bisschen die Richtung weisen. Kann natürlich sein, dass die bei den Mondsteinen wieder... Ah. Meinst du, dass wir das Spiel jetzt umsonst gedisst haben? Das kann gut sein. Hat Melina dich wieder geweckt? Aber dann sind wir noch alleine drauf gekommen. Oh. Alles begann in diesem Zimmer. Ob der Weise alles so kommen sah, wie es sich ereignete. Kann jetzt die Truhe aufmachen und theoretisch das noch ausnehmen. Es sei denn, das Spiel lässt mich nicht mehr. Ich erweckte die Zivilisation und Beruga und färbte die Erde dunkel. Maschinen wollten mich nach Berugas Erwachen töten. Doch ich überlebte. Kumari und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich traf mein anderes Ich und erfuhr meine wahre Bestimmung. Gott sei Dank. Eine Heilknolle. Yes. Jetzt haben wir die Tour. 100% Run. Das ist so ärgerlich. Vergisst du diese eine Knolle am Anfang? Sollen wir nochmal im Keller gehen? Wahrscheinlich. In dein Zimmer. Ja, aber im Keller ist wahrscheinlich nichts mehr. Ich glaube, du kommst da gar nicht mehr durch. Na arg. Mit Melina schon morgen und hast du dir gemacht. He he he. Was ist das? Ein Innuendo? Kill the Baby? Wenn wir uns jetzt ins Bett liegen, ist es wahrscheinlich vorbei. Weiß nicht. Kann gut sein. Schade. Das hätte man noch gucken können. Ich glaube, wie gesagt, in den Keller kommst du nicht mehr rein. Nee, ich meine, irgendwo anders noch im Dorf. Aber da ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Interessantes. Hängt das nicht so auch an, ja? Mit dem... Man wacht auf. Arg. Hörst du mich? Diese Musik fing ich auch so großartig. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Du hast all das weh. Ich wollte dich in Stork-Olm als Baby umbringen. War ihr Auftrag? In Christa galt nur das Wort des Weisen. Ich wollte dich jetzt Baby umbringen. Da ich dich jetzt als Erwachsenen sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen. Ich nicht. Und sollten natürlich leben. Christa wird bald verschwunden sein. Doch der Bund des Schicksals wird uns wieder zusammenführen. arg. Wir sehen uns bald wieder. Da steht es. Bis dann. Bis dahin alles Gute. Okay. Im nächsten Leben. Ach Mensch. Denn was ist das große Thema dieses Spiels? Uhren. Uhren. Wiederbelebung. Reinkarnation. Arg fällt in tiefen Schlaf. Ja. Und das klingt jetzt nach End-End-Credits und träumt einen letzten Traum. Tschüss, Arg. Schon. Er träumt, er sei ein Vogel und schwebe über der Erde frei. Hollerö. Ein letztes Hollerö. Ein letztes Hollerö. Wow. Den Traum sehen wir aber noch. Das war's. Wow. Terrainik mal durchspielen. Das ist, ähm, wow. Das muss man echt mal sagen. Das waren 22, 23 echt interessante Stunden. Das muss man echt sagen. Das ist wirklich einfach noch ein gutes Spiel. Das ist wirklich zeitlos. Also ich hab auch kein Spiel, was man da jetzt irgendwie so schon gar nicht aus dieser Zeit irgendwie vergleichen könnte. Das ist ja auch sowas wie Illusion of Time oder sowas. Das wirkt auch so bedeutsam. Ja. Und das will so bedeutsam wirken, aber das ist ja hier ziemlich auf den Punkt, finde ich. Das ist, ähm... Kann natürlich sein, dass durch die Übersetzung noch ein bisschen was verloren geht. Weil ich weiß nicht, ob's wirklich so albern sein soll an vielen Stellen. Aber Nintendo hatte ja, glaub ich, damals den Auftrag, die Übersetzung ein bisschen leichtherziger zu machen. Mhm. Ja. Ich glaub, das, äh... Also ist viel Übersetzung. Weil so ein Hollerö, das reißt dich einfach komplett raus. Ähm, gut, da gibt's halt so Figuren wie Perry, die dann mit dem Skateboard durch die Wand brechen. Jaja, es hatte definitiv seine albernen Stellen. Ja. Ja, das ist... Also ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich sein Traum sein soll oder ob er wiedergeboren wurde als... Möwe? Möwe. Weil das könnte man, glaub ich, ja auch reininterpretieren. Ja. Ja, wie gesagt, es ist ja alles ein Kreis. Alles ein Kreislauf. Und das, was hier passiert ist, wird wieder passieren. Und auch er wird wieder leben. Vielleicht soll Fluff hier auch so ein bisschen aussehen wie so ein Einzeller oder sowas. Oder so ein ganz simples... Ja, hatte ich auch kurz überlegt, ob das irgendwie sowas sein soll. Ich hab auch ganz kurz Angst gehabt, dass irgendwas mit Außerirdischen jetzt noch kommt. Im Sinne von, was, Zugstrecken? Oh, das Möwe. Wie cool man hier noch visuell belohnt wird. Mit Zügen, die man bis dahin nicht gesehen hat. Das hast du wirklich nicht gesehen. Vielleicht hatten sie das noch da und haben das nie benutzt und deswegen kommt es hier nochmal vor. Krass. Oder es soll einfach den Einklang von Natur und Maschine zeigen. Oder einfach so diesen Weiterbestand der Welt und wie sich das entwickelt. Abendrot ist schön. Das ist wirklich schön. Ich mag ja Möwen. Schönes Spiel. Wo wir gerade Möwen vor unserem Haus haben, ist nicht so cool. Die sind sehr laut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nämlich ein paar Häuser weiter. Eine verrückte Frau, die immer so Brot rausschmeißt für die Vögel und immer so säckeweise. Alles voller Raben, Krähen, Möwen. Ja. Papageien, Bären. Wie toll das aussieht. Das sieht wirklich schick aus. Es ist ja auch wirklich audiovisuell, finde ich, das bestaussehendste und bestklingendste SNES-Spiel, das ich kenne. Krass weit oben, ja. Weil sowohl das Art-Design als auch die Animationen und die ganzen Sprites, das ist halt wirklich krass hübsch. Das könntest du heute auch noch. Also es könnte auch so ein Pixel-Art-Spiel sein. Heute gibt es ja viele dieser neuen Retro-Pixel-Art-Spiele und wenn ein Spiel so aussehen würde, würde das Werk vollkommen mit dabei. Ja. Ist das jetzt Wasser oder ist Schnee? Ich glaube es ist Wasser. Das ist der Weltraum. Guck doch mal. Das ist die Zukunft. Das ist wirklich, das sind Träume in die Zukunft, weil das ist ja irgendwie so ein Raumschiff jetzt. Ist das nicht so einfach eine Spiel-Drohne? Naja, aber es ist trotzdem Zukunft. Naja, das ist aber so ein, also ich denke das ist so ein futuristisches. Das kann auch sein. Ein Möwen-Flug-Zeug. Ein Möwen-Flug-Zeug. Ein Möwen-Flug-2000. Ich staune ja, dass das alles auf so einen Cartridge passt. Naja und die ist, ich weiß nicht wie groß die ist, aber die, ja. Ich finde es halt krass, dass für den Abspann wirklich noch solche Sachen reingenommen wurden. Ist nicht einfach nur ein Abspann. Was man nicht gesehen hat und was nochmal echt so ein Wow ist. Da gucken wir halt gerne hin. Es ist halt eigentlich, also schon ein Happy Ending, weil er hat seine Aufgabe erfüllt, die Welt ist wieder in der Balance und so, aber für ihn selbst ist er halt diese typische Helden-Opferung. Ja. Er gibt alles auf. Naja und hat alle seine Freunde verloren, letztendlich ja alle ja tot. Also bisher mit dem Ding, das abgestürzt ist. Und vor allem noch die Realisierung dazu, dass man selbst nur ein Klon ist, genauso wie alle die man kennt. Ja, dass man auch nur ein Spielzeug war. Club-Nintendo-Reaktion. Die Club-Nintendo-Reaktion. Naja. Trans-Ration steht da übrigens, nicht Trans-Lation. Das ist schon wieder irgendwie lustig. Trans-Ration. Die Trans-Ration. Oh, Franz, achso. Boah, Alter. Und die Musik noch dazu, das ist so gut. Meine Güte ist das gut. Da hinten war doch auch noch so ein schönes Endbild drin. Habe ich das richtig... Achso, ja. Ich zoome bestimmt nicht ran, aber... Da sieht man Ark mit Melina. Könntest du ein Foto mit dem Handy machen und das einblenden? Ja, das vergesse ich aber auch. Ja, wahrscheinlich. Ach, Mensch. Das ist das komplette Map hier noch neu gemacht. Ja. In Nacht und futuristisch. Ja. Und der Vogel wird beleuchtet. Das ist eine heilige Möwe. Jetzt steigt er in den Himmel auf. Ins Universum. Nee, denkste. Fliegt gegen eine Häuserwand. Was für bitter. Oh. Tomoyoshi Miyazaki. Mich würde ja interessieren, was die Leute machen. Top. Ja, das habe ich schon mal nachgeguckt. Tomoyoshi Miyazaki hat an den Üß-Spielen mitgearbeitet. So eine JRPG-Reihe. Ja. Und ich glaube, so was aktuelle Sachen angeht, nicht mehr viel sonst. Okay. Weil ich hätte auch gedacht, der würde noch mehr machen. Aber das Ding ist ja, Quintett, das Entwicklerstudio, gibt es ja nicht mehr. Terra Nigma war so quasi ihr Höhepunkt. Diese ganze Act-Razer-Reihe war so das große Ding. Und dann haben sie auf der Playstation 1 noch ein paar Spiele gemacht. Die waren aber alle nicht gut. Sehen auch wirklich nicht gut aus. Also ich habe mir die mal angeschaut. Das ist nicht so toll. Das ist fein. Und dann ging sie halt kaputt. 1996. Und das ist wirklich schade drum. Ja. Das ist sehr talentiert. Und vor allem Terra Nigma ist ja ein Spiel. Ich meine, ich bin super froh, dass es das in den Westen geschafft hat, nach Europa. Aber es hat es nie nach Nordamerika geschafft. Das heißt, es hat weltweit nicht die Popularität, die es eigentlich verdient. Und es geht noch weiter. Achter-Credit-Ziemen. Das ist das, was wir in den komischen Teppel hatten mit dem Traum. Wolltest du ihn klopfen? Ja. Die Klettertür. Ich komme. Wer kann das sein? Es ist doch schon nach Metanacht. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern. Also das ist Oberwelt, Melina? Ja. Wer ist da? Ist jetzt die Möbels? Möbel. Nö. Was ist da Musik? Liegt da jetzt ein Baby? Oder ist er es? Man weiß es nicht. Aber weißt du, so machst du das nämlich. Du zeigst es nicht. Das ist auch kein Cliffhanger oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach noch so, es könnte sein. Ja. Und irgendwas ist ja auch. Weil man ja auch immer Wiedergeburt und so. Das gibt ja sein Licht. Ich. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Ist er dahin gekommen. Ach schön. Wir haben es geschafft. Das ist ja wirklich vom Anfang bis zum Ende. Also vom Intro-Screen bis zum Abspann. Zucker. Ja. Das ist wirklich 16-Bit Zucker. Ich bin ja hin und weg. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Mats. Ja, mir auch. Wir haben, ich weiß, ich wollte mal gucken, wann wir angefangen haben aufzunehmen. Ich habe geguckt. 16. Juni war es glaube ich. 16. Juni. Ich glaube es war der 16. Juni. Also so ungefähr ein halbes Jahr. Eine Reise. Für knapp 23 Stunden. Naja, das waren noch große Pausen. Ja, klar. Sicher. Aber ich meine so an Folgen. Das ist, da war eine große Pause dazwischen. Das stimmt schon. Aber es hat dem Spiel keinen Abbruch getan. Man war sehr schnell wieder drin und ich bin ja echt froh, dass ich das nochmal erlebt habe. Da habe ich wirklich was mitgenommen. Ja, das lohnt sich wirklich nochmal nachzuholen. Also sicherlich viele von euch werden es ja auch nicht gespielt haben damals. Ich hoffe, deswegen hat euch dieses Spiel ein bisschen näher gebracht. Wir gucken mal, dass man wirklich mal irgendwie Illusion of Time spielt oder sowas. Also nicht sofort und nicht direkt im Anschluss. Genau. Das ist so eine Sache. Also wenn das Setup, was wir hier haben, so ein bisschen fester ist, dass man echt mal sagen kann, man macht hier mal irgendwie auch ein bisschen spontaner einfach mal eine Session. Weil im Moment ist es immer noch ein bisschen Huzzle. Auch so Huzzle, Huzzle, Huzzle. Aber ich hätte große Lust halt zumindest mal rein zu gucken oder mal so ein bisschen auch in wie gesagt Illusion of Time mal sehr, sehr gerne. Auch vielleicht nochmal Secret of Mana nochmal so ein bisschen anzuschmeißen. Nicht wirklich durchzuspielen, weil das ist das. Secret of Mana. Ich habe nie Secret of Mana. Ich werde das halt bestimmt schon mal erzählen. Ja, ich bin wie gesagt, ich bin auch bei Mana-Drachen gescheitert. Deswegen, das möchte man nicht wieder raussehen. Guck mal, wie cool die Zauber noch aussehen. Ja, das ist das Einzige, was ich... Bisschen schade, dass wir die jetzt zum Schluss nicht mehr hinkriegen. Den Flora-Zauber haben wir gesehen und das war's gut. Den Vogel-Zauber haben wir auch gesehen, aber die drei nicht mehr. Also Knochen-Zauber, Horn-Zauber, Wasser-Zauber, müsst ihr uns glauben. Die sehen auch sehr beeindruckend aus. Ist auch ein bisschen schade. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass man dann am Ende Kampf nicht benutzen darf. War ein bisschen blöd. Das wussten bestimmt einige Zuschauer und da haben sich schon gefreut. Ja, weil die ganze Zeit... Wenn das rausfinden. Ja, ich bin gerade überlegen, ob dieses leicht overpowered sein irgendwie jetzt das Spielerlebnis beeinflusst hat. Aber ich glaube nicht, weil der Kampf ist ja sehr minimalistisch und du hast es dir ja verdient. Also im Sinne von, dass man eben die Stärke hat. Ja, das ist halt so typisches JRPG-Ding. Wenn du halt stärker sein möchtest, wenn du dir die Schwierigkeitsgrad... Den Schwierigkeitsgrad selbst ein bisschen anpassen möchtest, kannst du das tun. Dann levelst du einfach. Und wir waren jetzt ja also nicht Level 40 oder Max, sondern das war ja so zwischen 30 und 35. Es war schon so, es wurde ja auch noch zweimal knapp im Kampf. Das stimmt. Das stimmt. Wenn man nicht aufgepasst hätte... Mensch. Ja, Tom, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich würde ja so gerne sagen, jetzt geht los und kauft euch dieses Spiel. Aber gibt es leider nicht mehr. Schwierig. Aber ja, appreciated mal gute Videospiele. Das hat nichts mit Grafik oder so zu tun oder mit allem drum und dran. Sondern es ist einfach das Herz und die Art und Weise, wie man es dann umsetzt. Und da kann man ganz ganz tolle berührende Sachen machen. Und das ist eins davon. Toll. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dinge. Dinge.